Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und mit mir heute in der Leitung wieder mein geschätzter Kollege Danny Gallm. Danny, grüße dich. Servus, Simeon, hi. Ja Danny, wir haben heute wieder eine picke-packe-volle Podcast-Folge vor uns. Wir haben einige Themen, über die wir sprechen müssen, über die wir sprechen wollen. Für euch da draußen kurz der Überblick, wie wir es jede Woche machen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Wir blicken natürlich zurück auf den 3 zu 2 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach, sprechen darüber, über den Wendepunkt in dieser Partie, was das jetzt bedeutet für den Saisonschlussspurt in der Bundesliga. Wir haben auch Themen neben dem Sportplatz für euch parat, nämlich einmal den Umbau der Mercedes-Benz Arena, den Stadionumbau. Dann gibt es einen neuen Deal mit dem Ausrüster Jako da. Danny warst du auf der PK, kannst dazu was erzählen. Und dann richten wir natürlich den Blick voraus auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin. Da gibt es Stimmen von der PK, die Personallage, Gegnercheck. Also ihr seht schon eine volle Folge mit sportlichen Themen, aber auch mit vereinspolitischen Themen. Es wird spannend. Danny, bist du bereit? Immer doch, her damit. Ja wunderbar, dann steigen wir doch direkt ein mit Themenblock 1. Wir blicken zurück auf das 3 zu 2 gegen Borussia Mönchengladbach. Danny, heute ist Donnerstag. Wir zeichnen auf, es ist 14 Uhr. Du kommst ganz frisch von der Spieltagspressekonferenz. Ich frage dich jetzt einfach direkt, wie war es jetzt so mit ein paar Tagen Rückblick für Pellegrino, Materazzo, für Rino? Wie war so die Stimmung auf der PK jetzt nach dem 3 zu 2 Sieg? Ja, ich glaube, die Stimmung war jetzt gar nicht so sehr anders wie an sonstigen Spieltagspressekonferenzen. Aber als wir dann, wir Journalisten nachgefragt haben, so wie es denn war zu Beginn der Trainingswoche, da hat der Trainer dann doch Einblicke gegeben und es lässt sich mit dem Wort Erleichterung, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also man hat allen Beteiligten gemerkt, was für ein Riesenstein ihn da von der Brust, vom Herzen gefallen ist mit diesem wichtigen Sieg gegen Gladbach. Dann vor allem natürlich das Wie, wie dieser Sieg zustande kam, dieses Comeback nach 0 zu 2 Rückstand. und dementsprechend gelöst und optimistisch war der Trainer heute auf der Pressekonferenz, wobei ich einschränkend sagen möchte, optimistisch und mit dem Glauben an die eigene Stärke war der Coach auf den Pressekonferenzen auch in den Wochen davor. Aber Simi, du warst für uns im Stadion, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen auf diese emotionale Achterbahnfahrt. Wie hast du es erlebt, das 3 zu 2 gegen Gladbach? Ja, es war natürlich ein Wahnsinn, Danny. Ich muss sagen, wir begleiten ja alle Heimspiele des VfB in dieser Saison und es gab bis auf ein paar Ausnahmen jetzt kein Moment, der so emotional war wie jetzt am Samstag gegen Gladbach. Ich erinnere da noch an das 1 zu 1 gegen Union Berlin in der Hinrunde, wo Wahid Fagir den Last-Minute-Ausgleich macht. Da war es ähnlich emotional. Vielleicht auch die Einwechslung von Silas im Heimspiel gegen Mainz, wo das Stadion explodiert ist. Aber dieses 3 zu 2 gegen Gladbach, da kommt einfach nichts ran, was wir in der bisherigen Saison erlebt haben. Und es passt auch irgendwie zur Saison des VfB dieses Spiel. Gut ins Spiel gekommen, die ersten zwei großen Chancen gehabt und dann eigentlich außen nichts das 0-1 gefangen durch Gladbach. Extrem bitter, auch schlecht verteidigt, einfach fahrig verteidigt. Und dann drängst du wieder aufs 1 zu 1 und kriegst direkt im Gegenzug wieder das 0-2. Also ich saß auf der Pressetribüne und habe mir wirklich gedacht, das darf doch wirklich nicht wahr sein. Es hat sich irgendwie alles gegen den VfB verschworen. Der Fußballgott muss gegen den VfB sein. Anders konnte ich mir das nicht erklären. Wenn man da natürlich jetzt intensiver in die Analyse einsteigt, gibt es natürlich Gründe, nämlich einfach schlechtes Abwehrverhalten. Beim 0-2 Borna Sosa pennt komplett und lässt den Spieler im Rücken davonlaufen. Thüram, der dann das 2-0 macht. Da kam einfach wieder viel zusammen. Unvermögen, Pech, fehlende Konzentration, fehlende Effektivität vorne im Angriff. Da dachte ich wirklich nach dem 0-2 Sosa. Das war's. Also 25.000 im Stadion, geile Stimmung. Und dann liegst du 2-0 hinten, obwohl du wirklich besser im Spiel warst. Ich dachte, das ist jetzt so wirklich der endgültige Neckbreaker. Reno hat ja auch nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gemeint, das war so der gefühlte Abstieg nach dem 0-2. Auch Sven Nyssen hat das bestätigt. Und dann drehen die das Ding um. Also das war wirklich Wahnsinn. Aber, Danny, klares Aber, hätte Gladbach sich nicht so selten dämlich angestellt und so passiv gespielt, in den Verwaltungsmodus umgeschalten, dann weiß man natürlich nie, was passiert wäre. Das ist immer leicht zu sagen, woran hat es gelegen? Du kennst den Spruch, war der VfB so stark oder war Gladbach so schlecht? Ich denke, es war eine Mischung aus beidem. Der VfB hat mit unglaublichem Willen, mit Leidenschaft gespielt, mit Engagement, haben alles reingeschmissen. Die Fans waren voll da. Aber Gladbach hat sich ein Stück weit ergeben, dieser Wille, dieser Leidenschaft der VfB-Elf. Und Jan Sommer hat harte Worte gefunden nach dem Spiel der Keeper der Gladbacher und hat gemeint, der VfB war in allen Belangen überlegen. Und das zeigt einfach, die Spieler des VfB wollten es unbedingt. Sie wollten unbedingt diese drei Punkte. Sie haben sie daheim behalten. Das erste Mal seit neun Partien wieder ein Sieg eingefahren. Ganz, ganz wichtiges Spiel, ganz wichtiger Sieg, auch für die Moral. Jetzt sind es nur noch drei Punkte aufs rettende Ufer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Danny, der VfB ist jetzt nach Wochen der Talfahrt so auf dem aufsteigenden Ast. Die letzten Partien waren ja auch schon gut von der Leistung, aber es haben die Punkte gefehlt. Jetzt sind die Punkte da. Umso wichtiger, dass es nach einem 0-2 Rückstand war, weil das noch mehr für die Moral macht. Deswegen spricht man da immer mal wieder gerne von einem Wendepunkt. Wie siehst du diesen Begriff Wendepunkt, Danny? War das auf der PK ein Thema? Wie schätzt du das ein? War das jetzt wirklich ein Wendepunkt, dieses 3-2 im Abstiegskampf? Also auf der PK war es so direkt nicht Thema. Und wie ich das einschätze, das kann natürlich so ein Wendepunkt sein. Also, weil du sprichst es an, man hat ja schon in den letzten Wochen, man muss sich immer wieder vor Augen führen, es gab neun sieglose Spiele in Serie und dennoch, wenn man die Spiele einzeln für sich betrachtet, es hat am Ende immer nicht viel gefehlt. Wir haben es letzte Woche schon thematisiert gehabt, alle diese neun Spiele, die sie sieglos geblieben sind, die hätten auch anders laufen können. Ich will damit sagen, der VfB ist in keinem dieser Spiele auseinandergebrochen, hat mal 0-4, 0-5 verloren. Es war am Ende immer das eigene Unvermögen, Pech, Verletzungsproblematik, die dann dazu geführt haben, dass man häufig auch spät, wie in den jüngsten Spielen gegen Bochum oder bei der TSG Hoffenheim, dann die Punkte noch hat liegen lassen. Und ein entscheidender Faktor meiner Meinung nach in dem Spiel gegen Gladbach war eben auch, dass man ein bisschen mehr auf die Offensivkarte gesetzt hat. Mangala war ja draußen und für ihn quasi dann vorne drin mit Mahmouz, Tomasz, Führig und Kalajdzic gleich vier, ja, ich will jetzt nicht sagen nominelle Stürmer, aber sehr offensiv denkende Spieler auf dem Platz. Und das hast du dann halt in dieser zweiten Halbzeit gemerkt, als der VfB mit ordentlich Drive, mit ordentlich Energie sich gegen diese Niederlage gestemmt hat. Und dann, wir haben ja auch schon oft über den Begriff fehlende Qualität gesprochen, bei Thiago Tomasz zum Beispiel, dem kann man das nicht attestieren. Der hat eben jetzt schon in den Spielen, die er da ist, kam ja im Winter, Beigabe aus Lissabon, hat der eben schon nachgewiesen, was er kann. Und jetzt eben gegen Gladbach auch ein ganz starkes Spiel gemacht, auch seine Schwächen gezeigt. Kein Torjäger, ich erinnere an die Großchance in der Halbzeit 1, wo den VfB hätte mit 1 zu 0 schon früh aufs Gleis hätte setzen können, hat er nicht gemacht. Und dennoch nie aufgesteckt, immer mitgemacht, immer gute Pressing-Momente ausgelöst, tiefe Laufwege drin gehabt. Und das ist wiederum das, was heute auf der PK dann mehr Thema war. Also man möchte jetzt dieses Spiel, das möchte man natürlich aufsaugen, man möchte davon auch zehren, man möchte mit breiter Brust dann am Samstag nach Berlin fahren, zur Eisern Union. Aber der Trainer hat auch ganz klar gesagt, das muss eine gute Mischung sein. Ich habe ihn da nämlich gefragt, wie macht man denn das als Trainer? Ist man da jetzt voll auf der Emotionskarte? Versucht man da alles hochzuhalten? Zeigt vielleicht auch nochmal ein paar Bilder oder so, jetzt im Laufe der Trainingswoche? Oder versucht man eher zu sagen, Leute, abhaken, weiter geht's, am Samstag ist die nächste Aufgabe. Und da hat er ganz klar gesagt, wir brauchen eine Mischung. Wir müssen das zum einen konservieren und kanalisieren, diese Energie, diesen guten Spirit, den sie auf dem Platz hatten. Und das müssen sie eben durch die Trainingswoche führen und dann am Samstag gegen Union auf den Platz bringen. Und dann ist er, und da bin auch ich guter Dinge, dass sie auch endlich einmal ein Spiel an der Alten Försterei gewinnen können. Ja, Danny, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, nämlich die Frage, wie man diesen 3-2-Erfolg gegen Gladbach bewertet, wie man ihn einfließen lässt in die Trainingswoche. Du hast gerade schon geschildert, wie Rino damit umgeht. Jetzt kann ich vielleicht ganz interessante Einblicke geben, wie Sportdirektor Sven Mislintat mit diesem Thema umgeht. Ich war am Sonntag nach dem Gladbach-Spiel beim klassischen Auslaufen, das ja immer stattfindet, nach einem Bundesligaspiel. Da sind wir Medienvertreter eingeladen. Wir können mit Sportdirektor Sven Mislintat quatschen. Früher war das alles, oder was heißt früher, während Corona war das alles digital. Jetzt seit ein, zwei Wochen ist es wieder vor Ort möglich. Und wir haben dann Sven uns zur Seite gezogen. Ich habe mit ihm auch gesprochen. Und er meinte, das ist unser Hamburg-Spiel. Und wer sich erinnert, vor rund zwei Jahren hat der VfB ja um den Wiederaufstieg in die Bundesliga gekämpft, in der zweiten Liga. Und da gab es dieses 3-2 gegen Hamburg, wo der VfB auch 2-0 hinten lag, im eigenen Stadion, das Spiel dann noch gedreht hat und 3-2 gewonnen hat. Und rückblickend ist dieses 3-2 gegen Hamburg das Schlüsselspiel gewesen, wieso der VfB am Ende den Aufstieg geschafft hat. Hat neue Energie freigesetzt, hat die Leidenschaft geweckt, hat dem VfB gezeigt, ey, wir können es, wir können aufsteigen. Und ein ähnliches Potenzial sehe ich jetzt auch im Gladbach-Spiel. Also dieses Wissen der Profis, wir lagen 2-0 hinten gegen eine Mannschaft, die mindestens gleichwertig eigentlich auf dem Papier besser ist. Wir haben es umgedreht durch Kampf, Leidenschaft, Einstellung, Wille. Und was das freisetzen kann an Emotionen, an positiver Energie, ich glaube, das kann man nur unterschätzen. Man kann das, glaube ich, gar nicht so sehen, wenn man nicht drin ist in der Mannschaft, wenn man nicht weiß, was da passiert. Und deswegen hat Sven Missintat zu Recht gesagt, das kann ein Wendepunkt sein. Das kann vielleicht auch unser Wendepunkt in dieser Partie sein und in dieser Bundesliga-Saison auch. Deswegen, ich bin gespannt, Danny. Wobei natürlich auch Missintat ganz klar gesagt hat, ey, Leute, das war nur ein Spiel. Wir haben noch neun Partien vor uns und wir können uns nichts kaufen. Es gibt nur drei Punkte, mehr gibt es nicht. Und es geht jetzt einfach darum, das Spiel nicht vergessen zu machen, aber das Spiel aufzusaugen, wie du es gesagt hast, und jetzt gegen Union Berlin wieder besser zu machen. Und da jetzt einfach dran anzuknüpfen, weiterzumachen und vielleicht schon die nächsten wichtigen Punkte einsacken. Weil, wenn wir auf die Situation in der Liga schauen, Danny, die Konkurrenz, Hertha Bielefeld, die schwächelt. Und der VfB ist ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Also, ich bin ganz guter Dinge, auch wenn man im Umfeld natürlich schnell in die Gefahr reinrutscht, zu sagen, oh, jetzt haben sie gewonnen, Emotionen sind da, jawohl, wir steigen nicht ab. Wenn du gegen Union Berlin 3-4-0 verlierst, dann ist dieser ganze Effekt schon wieder dahin. Aber so schätze ich die Elf nicht ein. Sie hat sich in dieser schwierigen Phase auch nie aufgegeben. Sie wird sich auch bei Union nicht aufgeben. Und ich bin guter Dinge, Danny, dass was geholt werden kann. Darf ich denn noch den Pessimisten kurz spielen? Also, man muss es ja auch ein bisschen, ich sehe nicht, dass die jetzt 0-3 bei Union Berlin verlieren, aber so. Aber wir müssen halt die Gladbacher in die Gleichung mit einberechnen. Und das ist eine Mannschaft, die aktuell auch wirklich viele, viele Probleme hat. Und ich wage mal zu behaupten, wenn Union Berlin mal mit 2-0 führt gegen den VfB Stuttgart, dann sehen wir so ein Comeback nicht mehr. Das soll alles, was du gesagt hast, ist absolut richtig, was die Emotionalität angeht, was die gute Stimmung angeht. Auch was wir vorhin erwähnt haben mit dem Thema, ja, wir haben schon in den letzten Wochen immer, hat nicht allzu viel gefehlt. Und dennoch müssen wir ganz konkret sagen, sie haben halt auch gegen Gladbach unglaublich viele Fehler gemacht. Die erste Halbzeit wirklich schwach, beziehungsweise, ja, schwache Chancenauswertung, hinten wieder die Fehler drin gehabt. Und ich sage mal so, ein Team mit dem Kaliber von Union Berlin abgezockt, erfahren, eingespielt, die hätten sowas nicht mehr aus der Hand gegeben. Und dennoch müssen wir festhalten, und wir klammern uns ja hier gerne an die Strohhelme, die man uns reicht. Der VfB hat eine tolle Energieleistung auf den Platz gebracht. Und ja, du hast es richtig gesagt, Simi, das Potenzial, dass dieses Spiel in der Rückschau zum Wendepunkt wird, ist absolut da. Und noch vielleicht ein Wort zum Vergleich mit dem HSV-Spiel von vor zwei, drei Jahren. Auch damals hat man ja letztlich dann den Aufstieg geschafft, weil auch die direkte Konkurrenz gepatzt hat, in Form von Hamburg, damals im Schlussspurt. Und jetzt, in dieser Saison, man schaue in die Hauptstadt, nicht nach Köpenick, sondern ins Olympiastadion, die Hertha, direkter Konkurrent um den Abstiegskampf, um den Klassenerhalt in der Bundesliga, da brennt der Baum, da geht es richtig ab. Und wenn man diese beiden Parallelen zieht, der VfB jetzt mit einem guten Spirit, mit einem schwierigen Auswärtsspiel vor der Brust, aber mit einem guten Gefühl, in dem Wissen, die Konkurrenz reißt auch keine Bäume aus. Wir haben noch wichtige Spiele gegen andere direkte Konkurrenten, unter anderem gegen Hertha, gegen Augsburg, gegen Bielefeld. Da kann noch was gehen, absolut. Ja, Danny, dann sind wir doch einfach mal gespannt, was uns erwartet. Du wirst ja im Dienst sein am Samstag. Union Berlin empfängt den VfB Schuttgart. Du wirst für unsere Redaktion im Dienst sein darüber berichten, darüber schreiben. Wir sind gespannt, was uns erwartet und schließen jetzt einfach mal diesen Themenblock mit dem Rückblick auf Gladbach. Danny, dann steigen wir doch direkt ein in unseren heutigen Teil dieser Podcast-Folge, wo es nicht um das Sportliche geht, sondern um vereinspolitische Themen. Was wir ganz kurz abhandeln möchten, einfach nochmal, dass wir es trotzdem angesprochen haben, ist der Stadionumbau. Das ist ja jetzt schon ein paar Tage bekannt. Danny, du hast dich darüber informiert, du hast darüber einen Artikel geschrieben. Klär uns doch mal kurz auf, was geplant ist, die groben Eckpunkte und dann kommen wir dann einfach danach schon zum nächsten Punkt. Hau mal raus. Genau, wir machen es kurz und schmerzlos. Also bei der Europameisterschaft 2,24 soll auch in Stuttgart der Ball rollen. Ich glaube, vier Partien sind angedacht. Und im Zuge dessen soll eben die doch wirklich in die Jahre gekommene Arena in Bad Cannstatt modernisiert werden. Dazu wird eine Menge Geld fließen. Auch von der Stadt kommt da Unterstützung. Der VfB muss sich natürlich auch daran beteiligen. Aber im Kern geht es um eine Sanierung vor allem des Bereichs rund um die Haupttribüne. Da geht es dann vor allem darum, dass man sagt, Mannschaftskabinen, Sportfunktionsräume, der Medienbereich, aber auch der Businessbereich und alles, was da noch dran hängt, Produktionsküchen und so weiter. Das muss alles einfach mal auf das neueste Level gebracht werden. Da gibt es eben eine untere Ebene quasi in diesem Haupttribünenbereich, die stammt im Grunde noch aus dem Jahr 1974, Simeon, 1974, da sind wir Weltmeister geworden. Aber das ist schon wirklich, der Asbach-Uralt, wer schon mal eine Stadionführung gemacht hat zum Beispiel, der kommt ja da auch in diese Bereiche. Man sieht der Arena an gewissen Ecken einfach an, dass da der Zahn der Zeit dran nagt. Und da muss man ran. Die Euro 224 wird da jetzt dann quasi dafür genutzt, dass man da rangeht. Der Stuttgarter Gemeinderat hat im Februar schon das Budget freigegeben quasi. Also insgesamt fließen da wahrscheinlich bis zu 97 Millionen Euro. Also da ist einiges geplant. Es geht auch darum, eine Photovoltaikanlage zu installieren, das ganze Stadion ein bisschen energetisch zu sanieren auch. Aber was vielleicht noch gesagt werden soll, es soll jetzt dann losgehen im Mai, also wenn die Saison vorbei ist, die Bundesligasaison für den VfB, und dann wird das Ganze sich wirklich ziehen. Und es wird halt auch im laufenden Betrieb dann geschehen, diese Renovierung. Und euch sei gesagt, wir sind gerade dran dabei, uns da für einen kompetenten Gesprächspartner hier in den Podcast zu holen. Und dann würden wir uns da vielleicht in einer Sonderfolge nochmal wirklich dezidiert mit den einzelnen Baumaßnahmen und den Details beschäftigen. So viel nur vor jetzt, vorab. Umbaumaßnahmen starten im Mai. Wird ein paar Jährchen dauern. Wird sicherlich auch ein paar Einschränkungen mit reinbringen. Und vielleicht für die Fans noch, weil ich jetzt gesagt habe, Haupttribüne ist der Fokus. Auch die Cannstatter Kurve soll im Zuge der Baumaßnahmen ein bisschen erweitert werden. 2000 weitere Plätze sollen da geschaffen werden. Und unter anderem soll da auch in der Cannstatter Kurve ein eigener Bereich für die Rollifahrer entstehen. Also tolles Projekt, wird viel passieren. Das Gesicht des Stadions wird sich sicherlich auch ein bisschen verändern. Aber wie gesagt, wir planen da eine eigene Sonderfolge zu. Und das soll es, glaube ich, für den Moment jetzt gewesen sein, oder? Ja, Danny, nee, habe ich nichts hinzuzufügen. Vielleicht eine Kleinigkeit noch. Viele da draußen wissen es ja. Ich habe es auf Twitter und Instagram geteilt. Wir waren ja Mittwoch, Danny, auf einem Fototermin in der Mercedes-Benz Arena, um unsere Podcast-Folge nochmal aufzuwerten, um ein paar Bilder zu machen aus der Arena. Auch für uns, für unseren Zeitungsverlagsauftritt, für unseren Journalistenauftritt. Wir waren da natürlich dann auch in den Kabinenräumen. Wir waren in den Innenräumen der Arena. Ja, das war zum Teil, also wenn ich mir überlege, da kommt dann bei der EM 24 Frankreich oder so mit Mbappé und gehen da ins Stadion rein und in die Duschen. Das sah alles nicht mehr ganz so schmackhaft aus. Also es wird, glaube ich, dringend nötig, das Stadion zu sanieren. Und natürlich so viel Geld, knapp 100 Millionen Euro, ordentlicher Batzen. Aber es ist, glaube ich, wirklich nötig. Und dann hat der VfB ein topmodernes Stadion, das sich in Europa sehen lassen kann. Heißt natürlich für uns auch, Danny als Reporter, Umbauarbeiten zwei Jahre lang. Das ist spannend, Simi. Wird spannend. Hoffentlich funktioniert das WLAN. Das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste. Ich bin mal gespannt, wo wir sitzen. Vielleicht dürfen wir unten neben dem Rino sitzen. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber nein, das wird schon passen, auch für die Fans. Und es ist ein Projekt über zwei Jahre und das Ergebnis wird super sein. Deswegen, die zwei Jahre hält man aus. Ja, danke Danny für die kurze Einschätzung. Dann kommen wir doch schon zum nächsten Themenblock, der nichts mit dem Sportlichen zu tun hat. Es gibt Neues zu verkünden, Danny. Seit gefühlt 100 Jahren sucht der VfB nach einem zweiten Investor, der Anteile an der VfB AG kauft und somit das Eigenkapital aufstockt, damit mehr Geld da ist für Transfer, Spielergehälter, was auch immer. Jetzt gibt es neue Infos und darüber hinaus sogar noch mal ein leichtes Umswitchen bei der Politik, neue Investoren zu finden. Quere uns doch mal auf, was da heute auf der PK los war. Spoiler, es geht um Jako. Spoiler, der Spoiler kam ja quasi schon, ich glaube, als der VfB im Trainingslager war, ist die Geschichte durchgesickert. Der Kollege Carlos Ubina hat es recherchiert und schon vermeldet. Jako wird beim VfB nicht nur seinen Ausrüstervertrag, Sponsoringvertrag verlängern, sondern eben auch Anteile an der AG erwerben. Und eben heute am Donnerstag war das die offizielle Verkündung, wenn man so will. Da ging es jetzt wirklich um die Zahlen, um wie viele Anteile sich Jako sichert. Also es geht nur in An- und Abführung um 1,16 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Profi-Abteilung. Dafür fließen einmalig rund 4 Millionen Euro, so hat es Thomas Hitzlsperger gesagt. Und damit einher geht eben die Verlängerung des bestehenden Vertrags und zwar bis 2029. Und das ist wirklich ein Wort, also ein Ausrüstervertrag, jetzt hier nochmal über so einen langen Zeitraum so zu verlängern. Da fließt sicherlich auch noch ein bisschen Geld. Da wollte man auf Nachfrage jetzt nicht wirklich dazu eingehen. Es geht aber vielmehr darum zu sagen, der VfB sucht einen Mittelständler. Der VfB, und das ist eine Idee, die kennen wir noch von Klaus Vogt aus dem Präsidentschaftswahlkampf von, ich sehe mich, wann war das? 2019 ist jetzt wirklich auf der Suche, da so ein Mittelstandsbündnis auf die Beine zu stellen. Und eben dieser Jako-Deal soll da der erste Stein sein. Der erste Partner, der quasi sagt, jawohl, wir kommen hier aus der Region, kommt ja aus Hollenbach, im Hohen Logen da hinten, ist jetzt als Sponsor beim VfB schon mit dabei, als Ausrüster. Man ist da sehr zufrieden damit. Es geht vor allem darum, Sondertrikots zu entwickeln, mal Aktionen zu machen, nachhaltiges produzieren und so weiter und so fort. Das soll jetzt alles noch weiter intensiviert werden und eben dann noch als Zeichen on top, soll ein bisschen ausstrahlen, auch an andere Unternehmen hier in der Region. Hey, wir glauben an das, was die da machen beim VfB. Wir sind dazu bereit, auch jetzt in schwierigen Zeiten, Corona, Ukraine-Krieg, wir sind dazu bereit, Geld in die Hand zu nehmen, die zu unterstützen, zu investieren. Ja, und der VfB ist natürlich, ist ja natürlich happy. Also du hast es gesagt, 100 Jahre war jetzt die Suche nicht, aber dann doch ein paar Jährchen. Also es gibt ja bislang nur zwei, oder es gab bislang nur zwei Anteilseigner, nämlich die Daimler AG, den Anker-Investor, der 2017 bei der Ausgliederung dann für 41,5 Millionen Euro sich 11,75 Prozent der Anteile geschnappt hat. Und eben der große Batzen der Anteile, der ja auch immer die Mehrheit halten wird, ist eben der e.V. Oh, aber das ist ja jetzt kein Geldgeber im klassischen Sinne, sondern eher dieses Symbolische. Und jetzt hat man es eben geschafft, hier mit Jakob, wie ich finde, einen ganz interessanten Deal zu deichseln. Also es wurde heute auf dem Pressgespräch auch betont, wie gut man sich versteht. Das ist ja natürlich klar. Und dennoch hat man mal so zwischendrin gesagt, so ja, aber wir haben es jetzt nicht für einen Freundschaftspreis gemacht. Also die Zahlen passen, das Geld, das da fließt, passt. Es wird auch das Eigenkapital der AG dadurch etwas erhöht. Und ja, aber vor allem geht es dem VfB darum, jetzt in diesen wirklich komplizierten Zeiten, wir haben ja da auch schon viel darüber berichtet und gesprochen, Corona-Pandemie hinterlässt wirklich viele Spuren beim VfB. Und jetzt einfach mal ein positives Signal zu setzen, wir haben hier einen neuen Partner, einen neuen alten Partner haben wir jetzt an Bord, beziehungsweise noch zusätzlich in anderer Rolle. Das soll natürlich eine gewisse Sogwirkung haben. Und der VfB erhofft sich natürlich, dass da in Zukunft dann noch ein bisschen was nachkommt. Jetzt möchte ich das noch mal ganz kurz rekapitulieren, Danny. Einfach, dass ihr da draußen das noch ein bisschen besser verstehen könnt, was für eine Bedeutung dieser Jako-Deal hat. Du hast es gesagt, 2017 ist die Daimler AG eingestiegen und hat über 11 Prozent an der VfB AG erworben für über 40 Millionen. Und es war ja immer lange der Plan, noch mal einen zweiten großen Investor reinzuholen, der einen ähnlichen Geldbetrag zahlt, um da noch mal viel Geld zu bekommen quasi. Jetzt gibt es da eher so ein Umswitchen. Also es wird jetzt versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. Man hat jahrelang nach einem zweiten großen Investor gesucht. Man hat ihn nicht gefunden, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt wird versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. Du hast es angesprochen, Mittelstandsbündnis. Viele da draußen wissen vielleicht nicht, was es ist. Erklär mal, was ist die Idee dahinter? Anstatt einen für 40 Millionen, 10 für 4 Millionen holen? Oder was steckt dahinter? Ja, ich denke, im Kern geht es um Stabilität. Also das gibt es ja auch bei vielen anderen Vereinen. Also Heidenheim ist ein bekanntes Beispiel. Die haben natürlich ein, zwei richtig dicke Fische mit an Bord. Aber ganz, ganz viele kleinere, die viel zusteuern. Bielefeld ist auch ein bekanntes Beispiel. Da gab es dieses, jetzt fehlt mir der Name, also Bündnis Westfalen oder so. Wo sich einfach viele kleinere Mittelständler aus der Region zusammenschließen, um diesen Verein zu unterstützen. Und du sagst es richtig, der VfB hat ja immer betont, wir suchen einen strategischen Partner, der uns auch in anderen Geschäftsfeldern weiterbringt. Es gab mal weit vorangedehene Gespräche mit dem Sportrechtevermarkter Lagardère. Da kam es letztlich nicht zu einem Abschluss aus diversen Gründen. Und jetzt eben, ich würde es nicht Kehrtwende nennen, Simi, weil diese Idee Mittelstandsbeteiligung, kleinere Unternehmen aus der Region, wobei kleinere Unternehmen aus der Region ist ja auch ein bisschen euphemistisch. Also es ist Jako, das ist ein Riesenausrüster. Die sind wirklich weit verbreitet und haben nach eigenen Angaben, ich habe vorhin mal die Pressemappe durchgeschaut, 100.000 Mannschaften in mehr als 50 Ländern der Welt quasi unter Vertrag, will ich es jetzt mal sagen. Ich glaube, in der Bundesliga ist noch Bayer Leverkusen mit am Start. Aber worum es mir geht, ist zu sagen, hier in der Region brauche ich nichts erzählen. Da sitzt im Remsburg-Kreis Stiel, Kärcher, da sind einfach große Firmen, Wirt, Mahle. Das sind keine klassischen Mittelstädter mehr. Also vielleicht eine Schiene drunter ein bisschen. Aber da ist man jetzt eben darauf aus, sich wirklich breit aufzustellen. Dass man ein stabiles Fundament hat, um eben in diesen wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten solide wirtschaften zu können und nicht mehr den Sportdirektors, wenn Misslinder hat, in gewisser Weise so unter Druck zu setzen und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt nochmal 25 Millionen für unsere Bilanzen, um diese ganzen Verluste auszugleichen. Und deswegen müssen wir Nikolas González und Co. verkaufen. Jetzt ist der Deal mit Jarko natürlich nicht in der Größenordnung, dass der VfB auf große Shoppingtouren gehen kann. Aber der Thomas Hitzlsperger hat auch ganz klar gesagt, es hilft uns vielleicht dann doch dabei, den ein oder anderen Leistungsträger, sollte es im Sommer da, wir haben ja letzte Woche zum Beispiel über Kalajdzic gesprochen, wenn es darum geht, mit dem zu verlängern oder den bei VfB zu halten. Aber ganz grundsätzlich diese Idee, Mittelstandsbündnis, keine neue Idee, eigentlich eine Idee, die der Klaus Vogt so ein bisschen mit in den Verein gebracht hat. Der Thomas Hitzlsperger war da, glaube ich, vorher eher so ein bisschen auf der, ja, jetzt nicht die Riesenschiene, aber der war auch mal in den USA, hat mal Gespräche geführt und so weiter und so fort. Es hat offensichtlich nicht zum Ziel geführt und jetzt kommt quasi die Rückbesinnung hier auf die Unternehmen in der Region und mit Jarko, wie ich es schon erwähnt habe, jetzt eben der Erste von hoffentlich vielen weiteren Partnern aus der Sicht des VfB, der sich dazu entschließt, ein bisschen Geld zu geben, Unterstützung zu geben. Es geht ja dann auch um andere Bereiche. Der Ruven Kasper, der Marketingvorstand vom VfB, hat gesagt, dass man da auch, was das Thema Marketing und Controlling und Vertrieb und so weiter angeht, zusammenarbeiten möchte. Also man möchte da einfach Partnerschaften mit Unternehmen aus der Region haben, glaube ich, wo beide Seiten dann in gewisser Weise profitieren und wo es halt nicht nur in erster Linie darum geht, wer kann mir jetzt am meisten Geld geben, wer schießt mir am meisten Geld zu. Ich erinnere daran, wir hatten ja auch mal die Situation, dass dieser Finanzinvestor aus Bayern quasi, die Bild-Zeitung hat es berichtet, ein unterschriftsreifes Angebot vorgelegt hat. Das hat der VfB dann abgelehnt. Also das meine ich damit, strategische Partner zu suchen, Partner mit Vorliebe natürlich aus der Region. Ich glaube, im Zweifel würde man auch jemanden nehmen, der jetzt nicht aus dem Schwäbischen kommt, aber wenn man die Wahl hat, eben zwischen einem Unternehmen aus dem direkten Umfeld des VfB, der vielleicht auch schon da mit dabei ist, der vielleicht schon eine Loge hat, der ein Business-Seed hat oder so, dann würde man den sicherlich bevorzugen. Ja, Danny, ich hoffe, du grätschst mich jetzt nicht gleich ab, aber ich will das jetzt mal ganz salopp zusammenfassen. Anstatt einem großen Investor, den sich der VfB an Bord holt, der 40 Millionen Euro beisteuert, holt sich der VfB lieber 20 etwas kleinere Mittelständler aus dem schwäbischen Umland dazu, die dann auch zusammen die 40 Millionen Euro beisteuern. Also am Ende des Tages gewinnt der VfB, gewinnt die Region Schwaben, gewinnt das Stuttgarter Umfeld und es klingt doch nach einem ganz guten Plan, Danny. Dann lass uns doch mal diesen vereinspolitischen Teil abschließen und uns jetzt wieder den Blick nach vorne richten auf das Sportliche. Am Samstag um 15.30 Uhr ist der VfB bei Union Berlin zu Gast. Danny, es war die Pressekonferenz, wir haben es schon mehrmals angesprochen, auf der du jetzt warst, wo du Einblicke geben kannst. Jetzt interessiert uns natürlich das Personal für Union Berlin. Gib uns doch mal einen Einblick, wer kann spielen? Wer kann spielen? Also in der Theorie kann Pascal Stenzel wieder spielen. Nach einem Faserriss in der Wade ist er wieder einsatzfähig, hat der Trainer heute gesagt. Wer auch spielen kann, ist Chris Führig, der hat unter der Woche Magen-Darm-Probleme gehabt. Dann fällt einer aus und das ist Lee Eggloff, der hat Rückenprobleme, soll aber nächste Woche dann auch wieder ins Training einsteigen. Und das ist vielleicht die positivste Nachricht. Mo Sanko, ganz schwere Knieverletzung, erster Spieltag gegen Kräuterfürth. Und der wird nächste Woche aller Voraussicht nach wieder auf dem Trainingsplatz stehen, individuell arbeiten. Und das ist wirklich ein positives Signal, glaube ich, auch für den Jungen. Ich meine, 17 Jahre alt, das war ja wirklich eine dramatische Verletzung da. Ich glaube, im Zweikampf mit dem Torwart Sascha Burchard war es. Und ja, das sind so die harten Personal-News von der Pressekonferenz. Ansonsten, wir haben es ja eingangs schon ein bisschen erwähnt, ist es eher so, ja, gelöste Stimmung, Schwung mitnehmen, breite Brust, ab nach Köpenick und endlich da auch mal was zählbares einfahren. Ja, Danny, du bist irgendwie der Experte, was Köpenick angeht. Du warst damals in der Relegation, wo der VfB dann in Berlin abgestiegen ist, live vor Ort im Stadion an der Alten Försterei. Du hast quasi den leidlichen Abstieg miterlebt. Du hast schon gelitten unter diesem Fluch, der irgendwie an der Alten Försterei über dem VfB schwebt. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass der VfB sich davon nicht beeinflussen lässt und natürlich plant, drei Punkte mitzunehmen. Was hat ein Reno gesagt jetzt speziell auf der PK über Union Berlin? Was erwartet er? Hat er vielleicht ein bisschen in seinen Matchplan reingucken lassen, wie er das Spiel angehen will? Überraschung natürlich nicht. Es ist ja immer jede Woche dieses Spiel, dass wir irgendwie versuchen, ein bisschen was mit Hand und Fuß aus ihm rauszukriegen. Und er sagt natürlich, Leute, sorry, ich hole mich jetzt hier nicht hin und sage meinem Kollegen Urs Fischer, welche Räume ich genau wann zupressen möchte. Es bleibt dann eher immer ein bisschen an der Oberfläche. Es ist zum einen schade, zum anderen ist es total verständlich. Was er halt gesagt hat, und das ist eben das, was ich auch vorhin schon habe anklingen lassen, das wird ein komplett anderes Spiel werden wie die Partie gegen Mönchengladbach. Also die Unioner hat er immer noch als extrem unangenehme Mannschaft beschrieben. Und dieses Unangenehme heißt eben, er hat gesagt, sie sind zäh zu bespielen. Also wirklich eine ganz kompakte, eine ganz abgezockte, eingespielte Mannschaft, die defensiv die Räume sehr schnell und sehr gut schließt, sehr gut organisiert ist und auch eine krasse Körperlichkeit im Spiel hat. Also ja, nicht nur in der Defensive, auch im Mittelfeld mit Grischa Prömel, der hier aus Esslingen stammt. Ich glaube, früher bei den Kickers gespielt hat, nicht beim VfB. Aber das ist einfach eine wirklich, wirklich unangenehme Mannschaft, Union Berlin, die ja jetzt auch seit Jahren den gleichen Trainer haben mit Urs Fischer, ein ganz, ganz interessanter Mann übrigens auch. Was er von seiner Mannschaft fordert, Pellegrino Matarazzo, sind Geduld, Hartnäckigkeit und taktische Disziplin und eine gute Konterabsicherung. Denn er hat bei allem Respekt, hat er gesagt, ja, wir haben gewonnen gegen Gladbach, das tut uns auch gut, aber wir sind immer noch Siebzehnter. So, haben alle mal wieder kurz geerdet und ja, es ging dann noch darum, wie sich das Spiel der Unioner ein bisschen verändert hat. Die haben ja in der Winterpause mit Max Kruse so ein bisschen einen Freigeist verloren, der sie auch ein Stück weit unberechenbar gemacht hat in der Offensive. Und da erwartet Reno einfach, dass die Unioner jetzt wieder deutlich häufiger auch versuchen, über Flanken in die Box zu kommen. Aber ansonsten wirklich tiefer reingegangen ist er da nicht. Aber Simi, Gegnerchecks, war mal deine Idee, diese Kategorie hier einzuführen. Jetzt kannst du mal loslegen. Was ist deine Meinung zu Union Berlin? Wie kann man die knacken? Was sind ihre Stärken? Wie sind sie aktuell drauf? Ja, du hast ja fast schon mir ganz schön viel weggenommen. Ich glaube, ich blicke jetzt einfach mal kurz auf Union Berlin. Die harten Zahlen, ich meine, die sind Tabellen Siebter, die haben 37 Punkte, die waren ganz, ganz lange auf Europakurs. Natürlich auch mit Max Kruse noch, haben da echt richtig was gestartet, waren richtig gut, hatten einen guten Lauf mit vielen Siegen, haben auch Gladbach geschlagen, Hoffenheim geschlagen, haben die Hertha geschlagen. Und dann kam der Abschied von Max Kruse. Und das war so ein bisschen ein Knacks im Spiel der Elf von Urs Fischer. Sie haben dann drei Spiele in Folge verloren, unter anderem auch zum Leitwesen des VfB gegen direkte Abstiegskonkurrenten Augsburg und Bielefeld. Also die beiden Mannschaften haben drei Punkte mitgekriegt von den Unionern. Natürlich super bitter, aber haben dann zuletzt sich ein bisschen gefangen, sich ein bisschen stabilisiert, haben Mainz geschlagen, haben Pauli geschlagen im Pokal, sind da mit im Pokal-Halbfinale und haben jetzt dann am letzten Wochenende gegen Wolfsburg 1-0 verloren im Spiel gegen den Ex-Spieler Max Kruse. Ja, was zeichnet Union Berlin aus, denn ich glaube, ich muss es sagen, ich sage es ungern, aber Union ist eine ganz, ganz eklige Mannschaft. Wenn Rino sagt, er erwartet ein anderes Spiel als gegen Gladbach, dann kann ich das nur zu 100 Prozent unterschreiben. Und Union Berlin ist keine Mannschaft, die jetzt über das Megaspielerische kommt, sondern die über Einsatz, Wille, Leidenschaft und dann über gnadenlose Effektivität kommt. Und ihr Hauptaugenmerk liegt ja weniger darauf, das Spiel selber zu machen und den Gegner quasi mit Tiki-Taka tot zu spielen, sondern es geht wirklich darum, das Spiel des Gegners zu zerstören, kaputt zu machen, das so ein bisschen auf die Basics zu reduzieren, gefährliches Konterspiel, Flanken aus der Box. Also du wirst von Union Berlin jetzt weniger sehen, dass sie irgendwie 70 Prozent Ballbesitz haben und versuchen, über Kombinationen in den Strafraum zu kommen, sondern da geht es wirklich um die Basics, defensiv gut stehen, den Gegner zermürben, Nadelstiche mit Kontersituationen setzen, mit Flanken in den Strafraum. Und dann haben sie natürlich die perfekten Spieler dafür, also mit Becker und Avonis vorne drin zwei pfeilschnelle Stürmer, die jeder Abwehr wehtun können. Und so haben sie ja dann auch in weiten Teilen der Hinrunde und anfangs der Rückrunde vielen Teams wehgetan, waren auf Europakurs. Und dann kam der Abgang von Max Kruse, der natürlich super wehtut. Aber unterm Strich, du hast es gesagt, Danny, Berlin ist in gewisser Weise ein Stück ein Vorbild für den VfB, weil sie einfach auch auf der Trainerposition die Kontinuität hat, die man sich am Neckar wünscht, die man am Neckar nicht hat. Und deswegen ist es eine eingespielte, eine abgezockte Mannschaft, die ekligen Fußball spielt, die total effektiv ist und die dann auch mal so ein Spiel 1-0 gewinnt und in den letzten 20 Minuten jeden Ball irgendwie rausprügelt und Fouls provoziert und Fouls rausholt und liegen bleibt. Also das kann ganz eklig werden und darauf muss sich der VfB einstellen, auf dieses Spiel. Und Pellegrino Materazzo hat ja nach dem Hoffenheim-Spiel auch gesagt, dass dem VfB die Cleverness gefehlt hat, dieses 1-0 über die Zeit zu bringen. Die Cleverness hatten sie ein Stück weit gegen Gladbach, haben das nicht mehr aus der Hand gegeben. Aber jetzt kommt mit Union Berlin quasi die Mannschaft, die wohl über die meiste Cleverness verfügt in der Liga, neben den Bayern, die natürlich dann auch ihre individuelle Klasse ausspielen. Aber Berlin ist ein ganz ekliger, ein ganz gefährlicher Gegner, der dir in jeder Situation wehtun kann. Und am Ende machst du das Spiel in Berlin und verlierst trotzdem 1-0 und weißt nicht wieso. Und das ist die Gefahr dieser Mannschaft. Aber Simi, ich möchte Positives reinbringen noch, im sprichwörtlichen Sinn auch Positives. Positiver Corona-Test bei Andreas Lute unter der Woche. Die werden also vermutlich ohne ihren Stammkeeper spielen. Also kann ich jetzt aus der Ferne wirklich nicht einschätzen. Frederik Rönneau wird dann vermutlich am Samstag zwischen den Posten und Schäuze jetzt auch kein klassischer Nummer-2-Keeper, würde ich jetzt mal sagen, hat auch Potenzial, woanders die Nummer-1 zu sein. Aber nimm den Stammkeeper aus einer funktionierenden Hintermannschaft raus, sorgt immer für ein bisschen Unruhe, Abstimmungsprobleme, könnte ein Faktor für den VfB sein, der ja vor allem jetzt, denke ich zumindest, seine Spielweise auch mit Blick auf die Aufstellung nicht groß verändern wird. Weil das hat gegen Gladbach über weite Strecken dann gut funktioniert, vor allem das Offensivspiel. Also ich gehe wirklich davon aus, dass wir wieder Führig, Mammusch, Kalajic, Tomasz, dass die da vorne für Wirbel sorgen sollten. Und das heißt dann im Umkehrschluss, man verzichtet vermutlich auch wieder auf Orel Mangala. Ganz klare Aussage. Also man sagt, man steht da im Mittelfeld dann gut mit Endo und Karasor, die quasi da den Rücken frei halten und vorne, die sollen für ordentlich Betrieb sorgen. Und wenn man dann reinnehmt, da Union vielleicht ohne diesen wirklich stabilen Andreas Lute hinten im Kasten, der auch enorm präsent ist bei hohen Bällen. Kalajic ist einer, der hohe Bälle mag. Sosa, der gut flanken kann. Jetzt gebe ich doch mal einen Optimisten. Ja, ja, Danny, auf jeden Fall. Also vor allem dieser emotionale Aspekt, der darf nicht unterschätzt werden, den der VfB jetzt diesen Push, den er mitbekommen hat durch diesen 3-2-Sieg gegen Gladbach. So diese Glaube an die eigene Stärke, die ja schon zu spüren war in den Spielen zuvor, wo es aber irgendwie nicht geklappt hat, die ist jetzt wieder da. Und wenn du Union Berlin auf Augenhöhe begegnest, was Einsatz, Wille, Kampf, Leidenschaft angeht, und das hat der VfB ja gegen Gladbach bewiesen, dann ist auf jeden Fall was zu holen bei Union Berlin. Jetzt wollte ich gerade Augsburg sagen und das erinnert meinen Kopf daran, das erinnert meinen Kopf daran, dass wir ja noch kurz darauf schauen möchten, was so am Wochenende ansteht, was die Konkurrenz des VfB macht. Und da gucken wir natürlich vor allem auf die drei oder vier Klubs, die vorm VfB stehen. Ich zähle Gladbach dazu, Augsburg, Bielefeld und Hertha. Fürth ist mit acht Punkten eigentlich weg und quasi abgestiegen. Und da kommt es zu einem ganz spannenden Duell, Danny, das wir uns auf jeden Fall reinziehen werden, das ich mir reinziehen werde. Gladbach empfängt zu Hause Hertha BSC Berlin. Puh, das hat wirklich Potenzial für ein absolutes Abstiegsschreckgespenst des Spieltags. Gladbach komplett neben der Spur, Berlin komplett neben der Spur. Das wird ein Überlebenskampf. Gladbach muss gewinnen, muss. Ansonsten rutschen sie richtig tief unten rein. Es sind aktuell jetzt vier Punkte auf die Hertha, die auf dem Relegationsplatz steht. Das wird ein richtig spannender Abstiegskracher. Und der Rest, ja, Augsburg zu Hause gegen Mainz. Da ist auch was drin, würde ich sagen, für die Augsburger. Wenn es denn stattfindet. Wenn es stattfindet, Corona-Fälle, richtig. Mainz ist da wirklich geplagt mit Ausfällen. Und dann Bielefeld muss nach Dortmund. Die Dortmunder jetzt letzte Woche spielfrei gehabt. Wie gesagt, weil das Spiel gegen Mainz ausgefallen ist. Die sind jetzt zwei Wochen erholt. Da rechne ich mir eigentlich für die Bielefelder nichts aus. Aber du kennst ja auch die Dortmunder. Ja, die Dortmunder kenne ich auch. Das sage ich dir aus eigener leidlicher Erfahrung. Ja, aber Danny, ich glaube, das Wochenende kann wieder ganz gut werden. Gladbach und Berlin spielen gegeneinander. Ich denke, dass Gladbach das Rennen macht, dass die Hertha noch weiter reinrutscht. Wenn der VfB einen Punkt holt in Berlin, was durchaus drin ist, oder vielleicht sogar an der Alten Försterei gewinnt, dann überholen sie die Hertha. Und dann steht die Hertha auf dem direkten Abstiegsplatz. Und dann brennt der Baum in Berlin richtig. Dann gehe ich mal davon aus, dass mein geliebter Taifun in Berlin rausfliegt. Ich habe ja eine kleine Freundschaft mit ihm. Ich bin auf der PKA ja mal mit ihm zusammengerasselt. Ich denke, dass das so kommen wird, dass der VfB zumindest einen Punkt holen wird in Berlin. Deswegen, Danny, ganz charmant. Tipps. Wir tippen. Soll ich jetzt tippen? Ja, natürlich. Ja, ich rede jetzt noch ein bisschen um den heißen Brei rum, während ich mir dann überlege, wie es ausgeht. Also ich glaube, dass es vor allem wichtig sein wird, dass der VfB dieses gute Gefühl über die Woche nimmt und in dieses Spiel trägt. Und dann eben durch Einsatzwillen, Leidenschaft, durch taktische Disziplin wieder ein gutes Spiel macht. Und dann, wenn sie das auf den Rasen bringen, kann ihnen schon mal nichts passieren, sage ich. Weil wenn sie dann verlieren sollten, irgendwie 1-2 Union schlägt sie, kämpft sie halt nieder. Aber man hat alles reingeschmissen. Es war wieder okay. Würde ich sagen, hat man es geschafft, diesen guten Spirit zu bewahren. Und in dem Wissen, die Woche drauf, kommt Augsburg nach Stuttgart. Das Stadion darf erstmals seit zwei Jahren wieder voll aufgemacht werden. Dann brennt da die Hütte. So. Und jetzt kommt mein Tipp. Ich glaube, sie werden es schaffen, ihre guten, positiven Eigenschaften weiter zu verstärken, die sie gegen Gladbach gezeigt haben. Und die negativen allerdings noch nicht ganz abstellen können. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Das werden sie vermutlich den Rest der Saison nicht schaffen. Dass Mavro Panos immer mal wieder für den Bock gut ist. Dass Anton für den Bock gut ist. Dass Flo Müller mal einen Ball fallen lässt. Und so weiter. Und deshalb glaube ich, dass es ein Unentschieden wird. Ein 1-1. Dass dem VfB dann aber gut zu Gesicht steht. Weil sie eben genau wissen, wir haben auswärts gespielt. Ekelhafter Gegner, Tabellenplatz sieben. Nicht unsere Kragenweite. Hauptsache mal nicht verloren. Das fände ich, wäre schon mal ein wichtiger Etappensieg. Wenn es dann auch nur ein Unentschieden ist. Gerade mit dem Blick auf das kommende Wochenende dann. Wo es dann natürlich einen Heimsieg geben muss gegen die Augsburger. Ja, Danny, ich halte dagegen. Ich tippe auf einen Ausfahrtssieg der Stuttgarter. Das hat zwei Gründe. Grund 1. Der VfB ist auf einem emotionalen Aufschwung. Die Mannschaft sieht, sie kann es. Sie holt auch die Punkte, selbst wenn sie hinten liegt. Sollten sie hinten liegen gegen Union Berlin. Und das mit 2-0, dann war es das. Das ist mir klar. Aber ich denke, der VfB hat hier den emotionalen Vorteil. In Berlin läuft noch nicht alles so rund nach dem Kruseabgang. Die sind noch ein bisschen neben der Spur. Auch wenn sie jetzt ins Pokal-Halbfinale eingezogen sind. Aber da ist ein bisschen was im Augen. Ich mache mir da was aus. Und ich bin ein Statistik-Nerd, Danny. Sowohl Augsburg als auch Bielefeld haben drei Punkte gegen die Unioner geholt. Warum nicht der VfB auch? Ich denke, da ist was drin. Und ich tippe auf ein knappes, auf ein umkämpftes, auf ein spannendes 2-1 mit dem besseren Ende für den VfB, der das über die Zeit rutscht oder grätscht oder was auch immer. Ich glaube, darauf wird es auch ankommen, an der alten Fasterei zu grätschen, zu kämpfen, zu beißen. Und das kann der VfB, das will er, der Wille ist da. Deswegen tippe ich auf ein 2-1-Auswärtssieg für den VfB. Ja, Danny, ich glaube, dann sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wir haben wieder unsere legendären Tipps abgegeben. Bei unserem Tippglück liegen wir daneben und der VfB verliert in Berlin. Aber hoffen wir doch einfach mal, auch unsere Quote muss ja irgendwann mal reißen, unsere Negativ-Serie. Das hoffen wir aber seit zwei Jahren. Also, von dem her. Naja, lassen wir es gut sein, Danny. Wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Wie immer an euch, gebt uns Feedback. Schreibt uns, wenn euch was nicht gefällt. Schreibt euch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Lasst aber auch gerne mal ein Lob, ein Like da. Abonniert uns. Folgt uns bei Insta, Twitter und Co. Und ja, wir treten immer gerne in Austausch mit euch. Und das wollte ich an der Stelle nur noch mal sagen. Danny, vielen Dank dir, dass du da warst. Du wirst am Samstag im Dienst sein. Deine Texte liest man wie gewohnt auf zvw.de slash vfb und auf deinen Social-Media-Kanälen. Deswegen, mach's gut, Danny. Viel Erfolg. Ich hoffe mal, dass auch deine Negativ-Serie an der alten Försterei reißt. Und der VfB, die hat er überholt am Wochenende. Schauen wir es uns an. So machen wir es. Ciao, ciao. Ciao.